Bernd, ich muss immer sortieren. Bernd, Oliver, alles gut. Läuft schon. Läuft schon. Also Freunde, wir haben den Bernd hier und der liebe Bernd, der ist jetzt auch mit seinem Kollegen zusammen, mit dem Oliver zusammen. Die haben beide gesagt 90 Tages-Challenge und ja, der Bernd ist jetzt auch seit acht Wochen, acht Wochen statt. Hat schon, wie viel Gramm runter? Über sechs Kilo. Über sechs Kilo, 6000 Gramm hören sich noch besser an. Die 6000 Gramm Fett sind schon mal weg. Für mich wäre ich die Frage, wir haben ja auch bei dir jetzt jemanden, der im Business arbeitet. Das heißt, du hast natürlich auch schon keine normale Arbeitszeit. Du sagst, du fängst morgens um acht an und bist um 16 Uhr Feierabend, sondern es ist ja auch etwas flexibel bei dir. Wie kommst du im ganzen Programm klar? Das Programm ist eingetragen in meinem Kalender. Es ist ein fester Bestandteil. Ich baue momentan das Business und das Private außenrum. Privat ist im Endeffekt Familie. Privat ist Zeit für mich, für meinen Körper, das Investment in mich und das Business ist momentan außenrum gebaut. Okay. Es ist ein kompletter Wandel. Ja, es ist aber ein guter Wandel und es gab einen schönen Satz von dir, zahl in dein Gesundheitskonto ein. Richtig. Nimm deine Gesundheit, mach mit 62 nicht die Grätsche. Das habe ich in der Familie gehabt und das ist so der kleine Aha-Effekt. Stimmt. Wir haben ja darüber gehabt, dass es darum geht, dass die meisten im Business arbeiten, natürlich sehr fleißig sind, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Aber oft vergisst man halt dann einfach im Laufe der Zeit das Reinvestment in sich selber. Das ist unser Gespräch. Korrekt. Und da warst du auch, das habe ich noch in Erinnerung, da war bei dir so, da hat man so die ganz große Birne, bing, hat es gemacht und finde ich gut, weil nicht, also es gibt viele, die das wissen, aber viele setzen es auch nicht um. Da gibt es auch so ein Spruch, es muss erst stark genug wehtun, damit man nach einer Lösung sucht. Ich finde eher, dass es besser ist, dass man präventiv arbeiten, erst gar nicht wartet, bis es wehtut. So, du hast umgesetzt, du machst ja Fitnessstudio. Bist du ein Fitnessstudio? Ich mache Fitnessstudio, ich mache das Thema Schwimmen. Okay, stimmt. Ich mache teilweise noch die Clubs. Die Clubs sind für mich jetzt nicht der Hauptbestandteil, weil ich momentan Schwimmen und Fitnessstudio vorne herangestellt habe, ist für mich ein Ersatz. Aber das Thema ist bei mir eingetragen, ich habe vier bis fünf Trainingseinheiten in der Woche. Es ist noch nicht die Konsequenz, wie es andere zu 150 Prozent durchziehen, ja. Aber ich ziehe das Ziel. Und mit knapp 7 Kilo, wir haben gesagt 10 Kilo in 90 Tagen, das ist das Ziel. Danach hört es aber nicht auf, weil danach ist es viel, viel wichtiger, das Thema dauerhaft umzusetzen. Und es muss ein Bestandteil aus deinem Leben. Genau, richtig. Ja, es sind viele, viele kleine Stellen. Es ist Fitnessstudio, es ist Essen etc. pp. Und das muss aber erst mal hier klicken. Also, ich muss gar nicht sagen. Ich muss überhaupt nicht sagen. Das ist alles das, was ich an Normales erzählen werde. Er hat es für Innerlicht, Bernd hat es für Innerlicht. Und das ist das Wichtigste, denn du hast ein Blatt Papier, wo du ablest. Das kann jeder. Aber diesen Mindset zu finden, warum? Warum stark genug bist du? Weshalb? Das war Masterclass bei Leben. Das ist schön, weil vor acht Wochen war es noch nicht so. Es hat sich jetzt in acht Wochen verfestigt. Definitiv. Es war ein Ansätzen da. Wir haben es alle. Leute, die wissen das. Da sind auf der Veranstaltung sitzen, 100 Jungs, die das gleiche Thema haben. Die denken alle dasselbe. Es gehen aber wenige raus, wie ich bei dir, und sagen, hey, was muss ich tun, dass du mir mein Leben verlängerst? Das war mein Anfangssatz bei dir. Ja, richtig. Kannst du es noch einmal laut sagen? Ja. Geh hin, geh nach draußen und sagt einfach, hey, was muss ich, muss ich tun, dass er mir hilft, mein Leben zu verlängern? Das ist total simpel. Jetzt habe ich ein bisschen Gänseverkrieg gerade. Weil das ist tatsächlich so, das ist tatsächlich so, dass natürlich, du ernährst dich jetzt anders, du ernährst dich bewusster, du machst regelmäßig Sport. Das ist das Investment, was dafür sorgt, dass wir später mal den höchsten Lebensluxus haben. Denn monetär geht es dir gut. Monetär ist kein Problem, aber das muss der andere Partner passen. Und so. Und diese Aussage war mega und dafür möchte ich auch bedanken, dass du das Interview gegeben hast, weil draußen gibt es ganz viele, die vielleicht jetzt durch deinen Spruch gesagt haben, stimmt, da ist was, da ist ein ganz wertvoller Mensch und dann soll ich investieren, weil der sorgt für meinen höchsten Lebensluxus und für den höchsten Lebensluxus bei meiner Familie, bei meinen Kindern und vielleicht auch noch bei meinen ganzen Angestellten. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Gerne. Dankeschön.